Ja, wir drehen jetzt in den nächsten zwei Tagen das Musikvideo für On the Field of Dreams. Mike Killia war gerade da, das ist die Videoproduktionsfirma. Und wir sind jetzt gerade alles durchgegangen, was wir morgen machen werden, was wir übermorgen machen werden. Von Styling bis Location, Erwartungen. Und ich habe jetzt wirklich ein voll gutes Gefühl, ich freue mich sehr. Also, follow me on my journey. Jetzt fahren wir ungefähr eine Stunde in die Wildernis hier auf Mallorca. Und da werde ich einfach eher frei performen, Lip-Syncing und mal gucken, was ich da so aus der Trickkiste auspacke. Wir starten jetzt eigentlich hier erstmal. Du läufst einfach nur so wie in Wasser und wir wollen erstmal jetzt eine machen. Oder ein paar machen, wo du gar nicht in die Kamera performst, sondern singst für dich. We just got to believe. Open hearts, open minds, we are here, we would like, can't you see? On the field of dreams. Jetzt sind wir auf einem alten Parkplatz, Tennisplatz. Hier geht es eher um the urban, könnte ja Stadion sein oder irgendwas. Das ist jetzt die dritte Location. Hier wird so eine Szene sein, wo ich einfach performen mit der Drohne. Und wie so eine Dachszene, als ob ich auf dem Dach performe sozusagen. Das ist die dritte, und das ist das stehe. Und wie so eine Dachsne zufertigen? Ich hab sie nicht abgeholt. Ich hab die Dachs nicht nur noch so. Eine Dachsne zu halten, gerne in mir vor. Und wie so ein shockser sein ist, sind wir alle, aber auch in einer solchen Masys. Und das ist das, der Untertitel, wenn wir uns erstellt, Wir müssen hier auch rauskam. Wir müssen die Dachs nicht sobalt auf einmal. Dann machen sich auf einen Weg, Dachs nicht mehr Platz, Ja, Mike Curious ist ja selber auch Musiker, machen eigentlich nur Musikvideos, aber sind auch künstlerisch, musikalisch sehr, sehr begabt und ich glaube, dass praktisch diese zwei Welten von meiner Seite und deren Seite, was zusammenkommt, ist genau das, was der Song braucht. Ich freue mich voll darauf. So, wir sind jetzt fertig geworden, wir haben alles abgedreht. Es waren zwei super Tage. Ich glaube, dass das Video sehr, sehr schön wird. Ich bin selber sehr, sehr gespannt, was passiert. Ich bin selber sehr, sehr gespannt, was passiert. Ich bin selber sehr, sehr gespannt, was passiert.